Hallo! Ich hab mir jetzt gedacht, ich mach doch noch eine Wahlempfehlung. Für die Landtagswahlen 2011. Also was würde ich denn empfehlen? Das ist ganz einfach. Das hängt immer davon ab, was du eigentlich willst. Je nachdem, was du willst, gibt es natürlich eine Partei oder mehrere Parteien, die dafür einstellen, was du willst. Und ich sage dazu immer gleich, man sollte die Partei wählen, auch dann, wenn man nicht davon ausgehen kann, dass sie die 5% Hürde schafft. Meine Wahlempfehlung, willst du moderne Sklaverei, Leiharbeit und Billiglöhne, ein Sozialamt für Großkonzerne und Banken, dann wähle CDU oder FDP. Auch dann, wenn nicht sicher ist, ob sie die 5% Hürde schaffen. Willst du die Rente mit 67 oder warum nicht gleich mit 69 und Altersarmut, dann wähle die CDU, FDP oder SPD. Natürlich auch dann, wenn es nicht sicher ist, ob sie die 5% Hürde schaffen. Willst du längere Laufzeiten für Kernkraftwerke, dann wähle die CDU oder die FDP. Natürlich auch dann, wenn sie nicht die 5% Hürde schaffen. Willst du die nächste Finanz- und Wirtschaftskrise, willst du Kriegseinsätze im Ausland wie in Afghanistan, willst du keine Mitbestimmung und stattdessen das Niederknüppeln von Demonstrationen, dann wähle CDU, FDP oder SPD. Natürlich auch dann, wenn diese nicht die 5% schaffen. Du willst den Segen haben? Dann empfehle ich dir, anstatt zur Wahl zu gehen und die CDU zu wählen, stattdessen einfach mal in die Kirche zu gehen und dir dort den Segen zu holen und der Wahl fern zu bleiben. Willst du Mindestlöhne, eine Reichensteuer, einen höheren Spitzensteuersatz, die Rente wieder mit 65, keine Altersarmut und die Banker wieder an die Kette legen, willst du Mitbestimmung mit direkter Demokratie, dann wähle die Linkspartei oder die Piratenpartei. Willst du den Atomausstieg und zwar so schnell wie möglich? Dann wähle auch die Linkspartei, auch die Linkspartei ist für den Atomausstieg. Die Grünen haben Vertrauen verspielt, deswegen willst du ökologisch wählen, dann wähle die ÖDP, die ökologisch-demokratische Partei. Ist eine Stimme für eine sonstige Partei eigentlich nicht verloren? Nein, denn wie gesagt, man sollte eine Partei auch dann wählen, wenn nicht sicher ist, ob sie die 5%-Hürde schafft. So und jetzt kommen mit Sicherheit ein paar Rechenkünstler und stellen uns ihre Rechenaufgabe vor. Sie werden uns sagen, wer die Linke oder Piraten oder was auch immer wählt, wählt in Baden-Württemberg. Mappus und wacht in einer CDU-geführten Koalition auf. Wer Mappus abwählen will, muss SPD oder Grüne wählen. Das ist bloß eine Rechenaufgabe. Natürlich, klar. Okay, also nehmen wir an, CDU hätte 36%, SPD mit einem knappen Vorsprung 37%, Grüne 15%, FDP 12%. Gut, für eine rot-grüne Koalition würde es nicht reichen, also hätten wir eine große Koalition aus CDU und SPD. Oder wir nehmen an, CDU hätte 30%, SPD 40%, Grüne 18% und die FDP 12%. Dann hätten wir die Möglichkeit einer rot-grünen Koalition. Aber was bringt das denn? Es ist und bleibt die Einheitspartei. Egal ob Schwarz-Rot, Schwarz-Gelb, Rot-Grün, Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot-Grün-Gelb. Es ist die Einheitspartei. Schon mal was davon gehört? Es ist für dich egal, wie sich die Prozente zwischen diesen vier Parteien hin und her bewegen. Es bleibt bei 100% für die Einheitspartei. Gibst du eine Stimme, egal welcher von diesen vier Parteien, dann gibst du deine Stimme für die Einheitspartei. Darum sind wir dafür, unsere Stimmen einer neuen Partei zu geben. Zum Beispiel die Linke. Dann hätten wir zum Beispiel 95% für die Einheitspartei und 5% für eine neue Partei. Das ist bloß eine Rechenaufgabe. Ich würde sagen, das Ergebnis spricht dann für sich. Es sind zwar immer noch 95% für die Einheitspartei, aber mit 5% haben wir schon mal den Einstieg geschafft. Und danach können wir wieder eine andere Partei wählen. Von mir aus die Piraten. Oder die ÖDP. Oder meinetwegen auch die Violetten. Und jetzt werden natürlich welche kommen und sagen, Piratenpartei, nein, das kann man nicht wählen, weil das ist Cull and Bones. Ich weiß nicht, wo ihr das herhabt, aber gut, sei es drum. Oder sagen wir die ÖDP. Dann heißt es, nein, die ÖDP, das ist so eine rechte Partei auf Fahrrädern. Also NPD auf Fahrrädern heißt es da. Oder klar, bei der Linkspartei muss ich ja auch nichts sagen. Da ist es dann Kommunismus. Und was macht die Linkspartei immer so? Die verstaatlicht immer alle Betriebe und sie bauen die Mauer neu auf. Und natürlich wird es eine Diktatur mit der Linkspartei geben, ganz klar. Also da sage ich jetzt am besten nichts mehr zu. Und natürlich bei den Violetten, ja, das Problem ist, die Violetten haben verdammt gute Ideen. Aber wie kommen sie dann rüber in der Öffentlichkeit? Die Violetten, ja, spirituelle Politik. Wie hört sich das an für den Normalbürger auf der Straße? Der wird sich denken, na, die haben ja nicht mehr alle Tassen im Schrank. Die sind immer zu gekifft, voll gedröhnt und was weiß ich. Und natürlich, egal welche Partei man jetzt nimmt von den Sonstigen, man wird keine Partei finden, der man hundertprozentige Zustimmung geben kann. Auch ich nicht. Ich werde auch keine Partei finden, bei der ich sagen könnte, ja, das ist die Partei. Ich stehe hinter jedem Punkt, der im Parteiprogramm drinsteht. Das ist alles richtig, was die Partei sagt. Ich gebe meine Stimme, weil ich zu hundertprozentig hinter dieser Partei stehe. Nein, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach, die Stimme nicht der Einheitspartei zu geben, nicht der CDU, SPD, FDP und den Grünen, sondern einer neuen Partei, damit die Einheitspartei weniger Stimmen hat. Ihr glaubt doch nicht allen Ernstes, dass eine sonstige Partei, der ihr zufälligerweise auch die Stimme gegeben hat, doch gleich 50% kriegt. Und zum Beispiel, dass die Linkspartei 50% kriegt und gleich den Kommunismus mit Diktatur und die Mauer wieder aufbaut. Das ist völliger Unsinn. Ich weiß gar nicht, wie ihr auf diese Idee kommt. Also, wie gesagt, es geht nicht darum, dass eine sonstige Partei 50% kriegt. Es geht darum, dass eine sonstige Partei am Anfang 5-7% kriegt. Damit die Einheitspartei 5-7% weniger hat. Und das ist ganz einfach. Ich hab's mal ausprobiert. Stellt euch vor, ich hab mal meine Stimme der ÖDP gegeben. Und es ist nichts passiert. Ich hab mal meine Stimme den Violetten gegeben. Und es ist nichts passiert. Ich hab mal meine Stimme der Piratenpartei gegeben. Und es ist nichts passiert. Gut, meine Stimme war sozusagen verloren. Aber ich hab meine Stimme nicht der Einheitspartei gegeben. Und darum geht's mir. Und wenn noch viele andere unter euch so denken, dann geht zur Wahl und gebt eure Stimme einer anderen Partei. Nur nicht der Einheitspartei. Dieses Jahr, Baden-Württemberg, die Linkspartei muss rein. Danach können wir uns über eine andere Partei unterhalten. Keine absolute Macht für irgendeine Partei.